Der Krieg war immer gefährlicher geworden. Die Waffen hatten sich weiterentwickelt. Aber unsere Befehle blieben die gleichen. Macht Jagd auf sie und bringt sie um. Einen nach dem anderen. Sie sind zur Unsterblichkeit verdammt. Ein Clan dürstet nach Macht und Wohlstand. Die Herrschaftsfolge ist noch nie unterbrochen worden. Noch nie in 1400 Jahren. Ein anderer sind auf Rache. Wir werden die Vampire auf ihrem eigenen Terrain besiegen. Blutzerra! Siehst du diesen Menschen? Der ist attraktiv. Ich habe den Verdacht, dass die Lykaner hinter ihm her sind. Hallo, Maike. Warum verfolgen sie dich? Wer seid ihr überhaupt? Du bist in einen Krieg verwickelt, der mittlerweile seit fast 1000 Jahren wütet. Eine Blutfäde zwischen Vampiren und Lykanern. Wehrwölfen. Wenn morgen der Vollmond aufgeht, wirst du dich verwandeln. Du wirst töten und du wirst fressen. Underworlds. Underworlds. Untertitelung des ZDF für funk, 2017